Neuer Schwung für Ethereum? Ethereum-Entwickler erwägen, das Pectra-Upgrade in zwei Teile zu splitten, um die Effizienz und Skalierbarkeit zu steigern. Die erste Phase des Upgrades könnte bereits Anfang 2025 erscheinen, sagt Ethereum-Foundation-Researcher Ansgar Dietrichs. Ein weiterer Entwickler betont, dass die Aufspaltung Risiken minimieren und Pectra schneller auf den Markt bringen könnte. Das Pectra-Upgrade kombiniert das PRAG und Electra-Upgrade und könnte den ETH-Kurs deutlich beflügeln. Derzeit sind ETH-Investoren enttäuscht von den Ethereum-ETFs. Sie haben seit Anfang September 104 Millionen US-Dollar verloren. Der aktuelle ETH-Kurs beträgt rund 2300 US-Dollar, was einen Rückgang von 4,45% in den letzten 24 Stunden bedeutet. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.